Geht los oder was? Action! Geht schon los? Mahlzeit Moin Moin aus dem Osnabrücker Land. Wir haben euch immer was vor, eine schwedische Fisch-Spezialität zu probieren. Ficke Fisch. Gefährliches Unterfangen. Ein bisschen in Deckung. Warte. Vielleicht haben wir noch nicht. Oh. Hab schon ganz viel gekriegt. Oh. Alter, ey. Noch richtig zum Glück nicht. Da kam gerade mal so ein Schwung. Oh. Ihh, Alter ey. Jetzt hör auf zu heulen. Stell dich mal hier hin. Lass doch die Kappe auf. Andere Täger hilf mir. Und mal die Jungs von Sodom auch. Hallo Tom, alles fit? Oh Mann. Sieht doch lecker. Die geht gar nicht auf. Sieht schon mal gegessen. Sieht schon mal gegessen. Er ist doch ohne Schuze durch. Aber pass auf das Tuch auf. Sieht doch nicht auf. Alter, guck dir das mal an ey. Oh. Puh. 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 Geht's jetzt schon los. Ja, Digga, geht da schon los. Oh. 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 Das gibt's doch gar nicht ey. Ja komm, ich will auch mal. Oh. 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 Geht doch ne ey. Das kommt dann aber wirklich hoch ey. Gibt's doch gar nicht ey. Das zieht aber dunkel. Mach mal auf. Ist schon auf. Geh die Flasche Wasser schon mal auf. Oh. 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 Warte mal eben. Da kannst du wegen nur Nase zu und abfahren. Ich weiß. Kalle will das ja auch haben. Ist ja auch so Spezialitäten Jäger. Das kriegt der auch. Ey, das führt das jetzt nicht ab. Ich muss mal gucken erst, wo ich durch das Deckel loskriege. Ja, aber mach das nicht auf. Warte ich. Ja, Axel, du hast Handschuhe. Wenn ich die erste fliege, ist schon da. Alter ey. Weck schweißen oder was? So. So erstmal beiseite. Ja. Das fliege als einer reingefissen hat. Alter, ist das Windzeug. Oh. Oh. Wegen auf dem Boden. So, wer macht jetzt den ersten? Ich will es hinter mich bringen. Aber ey, nicht so ein ganzes Stück. Du bist so ein bisschen. Wie fühlst du das denn sonst? Hast du ein Mess? Ach, guck dir das mal an. Was ist das denn für ein Mist, ey? Ja, Axel, dann hoch rein. Ich kann auch nicht so einen ganzen Fisch essen, Alter. Ich auch nicht. Jetzt hör mal aufs Ruhmürgen, das fühlt sich besser. Hast du denn keinen Kunststoffwässer dabei, dass man das Ding wenigstens mal zerteilen kann? Kann man nicht zerteilen. Erstmal muss ich nur eintunken, oder? Eintunken? Ja, willst du es sonst machen? Hier komm, ich leg dir ein schönes Stück Fleisch da raus. Nee, nee, das krieg ich auch nicht. Ist das vielleicht? Alter, nicht aus dem Auto kommen. Boah, das kannst du noch nie essen gar nicht. Kann man auch nicht essen. Du kannst es nicht mit dem Auto riechen. Ich trau mich wirklich nicht. Anders ist die Seite nicht einfach. Ja, komm, dann will ich auch mal, wa? Boah, ich bin der Scheiß für euch nicht, ey. Ey, das gibt es doch gar nicht, ey. Aber das kann man noch nicht essen. Guck mal, hier gibt es so ein bisschen... Boah, Alter, die sind alle so riesen Stücke, ey. Boah. Aber zumindest habe ich nicht gekotzt. Boah. 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 Hier die erste Schmießfliege, habt ihr gesehen? Schmießfliege, was machen die denn hier? so das kommt hier für kalle da rein ganz klarer fall unfassbar aber schmeckt eindeutig nach fisch das ist das ist ja eklig du hast doch nicht gegessen also ich hab nicht gekotzt das hätte ich nicht gebraucht ich hab sie auch sofort wieder ausgespuckt du hast doch gar nicht gegessen aber auf jeden Fall schmeckt es nach fisch da sind die durch die Milchen sind das nicht wegen ist das nicht hier doch von den von den ja los einmal noch hier fliegen fliegen ohne fliegen hast du gegessen komm los hier alle drei mit gehangen mit gefangen los hier kommt ich glaube wenn das so ist wird die Akte denn so ein kleines stück her keine ahnung das freut ist einfach nur eklig und rein damit komm komm also auf jeden fall haben wir das geschafft gekotzt hat keiner also aber ich glaube wenn du das runter schlucken musst dann ist das ne hab ich das so scheiß egal leute so drum forever die neue scheibe unbedingt zulegen zwischendurch ja und den Fisch bitte und den Fisch bitte muss man nicht unbedingt machen einmal noch versuchen ne boah ne boah ne boah ne boah ne runterflucken ne alter Schwede ey boah puh so jetzt weißt du woher das kommt alter Schwede ach verabschiedung also leute zücken wer unbedingt äh kopfen will ne soll ich das Zeug mal reinziehen alter Schwede ey ne schau schau kann nicht mich alle